Guten Tag, es ist 15.37 Uhr und wir fangen mit siebenminütiger Verspätung unsere Abschlussveranstaltung an. Das ist nicht wirklich die Abschlussveranstaltung, weil es gibt morgen ja noch den OpenStreetMap Samstag, für den sich fast 80 Leute angemeldet haben, das heißt die Veranstaltung geht morgen noch einen ganzen Tag lang weiter mit OpenStreetMap speziellen Themen. Das ist dann allerdings eben keine Konferenz im klassischen Sinne, sondern mehr so eine Unconference. Die klassische FOSGIS endet mit dieser Veranstaltung und mit einem Sektempfang unmittelbar danach, also wer hier rausgeht, der kann sich auf jeden Fall dann noch ein Glas Sekt nehmen. Ich stehe hier im Namen des FOSGIS-Vorstands, ich bin eines von vier FOSGIS-Vorstandsmitgliedern, der Dominik, der unser neuer Vorsitzender ist, ist leider schon abgereist. Der Marco, der normalerweise sonst immer hier steht, der ist jetzt nicht mehr im Vorstand, weil er nach neun Jahren auch irgendwann keine Lust mehr hatte. Jetzt fiel das los auf mich. Vielen Dank an Marco übrigens für neun Jahre Dienst hier im... Danke. Nicht jeder hält das so lange aus, also das ist schon gut. Ich will dann auch so einen Applaus, wenn ich irgendwann mal aufhöre. Also diese FOSGIS-Konferenz war wieder mal eine ausgesprochen große Konferenz. Sie ist sogar ausverkauft gewesen. Wir konnten am Ende, also mussten einige Leute tatsächlich wegschicken und auf Wartelisten setzen, weil wir keine Tickets mehr hatten. 465 Tickets wurden verkauft. Wir haben etwa 370 Workshop-Buchungen, da sind wir sehr froh, weil die Workshops und die bezahlten Tickets, die finanzieren im wesentlichen den FOSGIS-Verein über den Rest vom Jahr. Also ein herzlicher Dank auch an alle Teilnehmenden, die ein Ticket gekauft haben oder auch nur so uns unterstützt haben. Super. Und vor allem natürlich, wir hatten jede Menge Helfer. Wir hatten 80 Leute hier von der Hochschule oder sonstige Helfer, die geholfen haben, die Konferenz zu dem zu machen, was sie war. Dafür gesorgt haben, dass immer Kaffee da war und Essen und so weiter und so weiter. Plus noch das Videoteam, das die ganzen Sachen aufgezeichnet hat. Dafür gesorgt, dass sie im Internet abrufbar sind und für sie alle jetzt noch im Nachhinein anschaubar. Also einen herzlichen Dank an alle Helfer, die so hier gemacht haben, dass der Laden läuft. Wir kommen jetzt zur Verlosung. Sicherlich haben Sie alle Ihre Zettel abgegeben, Ihre Teilnehmerbefragung. Die hilft uns, die Konferenz immer besser zu machen, weil wir dann wissen, wovon wir mehr und wovon wir weniger machen müssen. Da sind wir froh, dass wir eine Kiste voller Antworten haben. Und zum Dank werden wir aus dieser Kiste von Antworten jetzt eine Reihe von ungefähr so 20 Gewinnern ziehen. Es gibt hier vorne eine Reihe von Preisen, die uns von der Wear Group, von Wikipedia, vom Wichmann Verlag zur Verfügung gestellt worden sind. Und es gibt einen Hauptpreis, den ich so ein bisschen rausgenommen habe, weil der speziell ist und schwer und zerbrechlich. Und zwar handelt es sich da um ein von Mundiales gespendetes Reliefbild hier von der Region Köln-Bonn und dem Siebengebirge. Das ist also hier aus der Reihe Kunst mit Geodaten. Kann man sich schön zu Hause an die Wand hängen. Wiegt auch ordentlich was. Hier Acryl auf Glas mit Goldrand oder sowas. Das verlosen wir jetzt als allererstes. Artina, würdest du mir vielleicht helfen, so ein bisschen hier als Glücksfee die Sachen rauszuziehen? Also wer bekommt dieses fantastische, wertvolle Kunstwerk? Charlotte Thoma. Ich bin gerade angekommen. Gerade rechtzeitig. So, super. Bei den anderen Preisen machen wir es jetzt so, dass wir einfach Namen ziehen und die dürfen dann nach vorne kommen und sich was aussuchen. First come, first serve. Wie gesagt, es gibt hier Sweatshirt, Tasche, einen Haufen Bücher, Tassen, Speichersticks. Also fangen wir einfach mal an. Robert Koch. Ja, wir machen gleich weiter. Tamara Loran. Auch da. Sehr schön. Wir müssen mal zählen, wie viele Sachen wir überhaupt haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwei. Johannes Lauer. Johannes? Johannes Lauer. Da kommt er, genau. Ja, das war dann Nummer drei. Heather Hillers. Heather Hillers. Ja, auch da. Super. Das klappt ja, das geht ja wie am Schnürchen diesmal. Hendrik Erler oder Hendrik Lörlers. Ja, 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 ja. Das war die Nummer fünf. Klaus Mithöfer. Klaus Mithöfer, ist er da? Was machen wir mit dem? Wer nicht da ist, der kriegt auch nichts. Katja Albrecht. Alter, das sind ziemlich viele Frauen, ne? Sehr gut. Ja. Komm mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Christoph Grenz. Christoph Grenz oder Brenz. Christoph Grenz ist nicht da. André Henn. Robert Klemm. Und der rutscht nur noch aus den Fingern. Thomas Greil. Lass mal kurz zählen, wie viele wir jetzt haben. Otto Schmid. Otto Schmid, ist er da? Ja, schon abgefahren. Pech gehabt. Martin Bayer. Stefan Herrett. Das war jetzt der zehnte, also locker zehn können wir noch. Falk Teile. Ah, der Falk ist auch da, das ist die Elf. Hier eins aussuchen. Beliebig. Nina Hölkner oder Mölkner. Hey. Andreas Böhme. Auch da, sehr gut. Jan-Ole Kording. Jan-Ole Kording. Auch da. Sitzen alle ganz in der Ecke. Lars Lingner. Der hat sich schon gleich da vorne hingesetzt. Niklas Alt. Tim Alder. Tim Alder. Ich habe noch. Nicht reingucken. Hm. Also. Max Mustermann. Wir unterstützen ja Privatsphäre, das ist kein Problem, aber gibt dann halt auch keinen Preis. Martin Dresen. Tobias Kner. Mensch, haben wir überhaupt so viele Teilnehmer wie Preise? Simon Haufe. Simon. Nicht da. Simon Haufe. Gut. Thomas Schüttenberg. Harald Hunzinger. Max Michael Diegelmann. Max Michael Diegelmann. Max Michael Diegelmann. Äh, nee. Jonas Grieb. Jonas Grieb. Kein Jonas Grieb. Haben wir jetzt noch drei Preise? Nee, vier haben wir jetzt noch übrig, wenn er einen ausgibt. Anna Rete Bugay. Sehr schön. Anna Grünewald. Sie hat auch da. Grünes Feld. Lars Wirkus. Lars Wirkus. Der Lars noch da. Lars Wirkus. Nicht mehr da. Es gibt noch zwei Tassen gibt's noch. Zwei, zwei wunderschöne rote, außen rot, innen weiß. Wir haben hier Holger Eberhardt. Sehr schön. Und? Der letzte geht an. Daniel Kahler. Ja, super. Vielen Dank. So, das hätten wir auch. Es gibt hier noch so ein kleines Announcement. Es ist hier eine Jacke oder ein Jackett hängen geblieben, in einem der Workshop-Räume. im Hörsaal zwei, im Hörsaal zwei, wenn das jemand wiedererkennt. Ich lasse es hier vorne noch so ein bisschen hängen. Kann man nachher mal gucken und anschauen, ob es einem gefällt oder so. Ja, also damit bin ich im Grunde mit dem Abschlussprogramm durch. Ich habe allen Dank gesagt. Wir haben die Verlosung gemacht. Ich habe den Sektempfang angekündigt. Was jetzt noch fehlt, ist die Ankündigung der nächsten FOSCIS-Konferenz. Wo werden wir uns alle im nächsten Frühjahr wiedersehen? Und das sagt uns jetzt die Hanna. Ja, hallo. Ich denke mal, viele von euch, vor allen Dingen die, die im OSM-Umfeld nicht so viel aktiv sind, werden mich nicht kennen. Ich bin Hanna Krüger, komme aus Dresden. Und bin so ein bisschen dadurch bekannt geworden, dass ich letztes Jahr mich ein bisschen dafür eingesetzt habe, dass eine FOSCIS in Dresden stattfinden wird, was dann aus diversen Gründen leider nicht der Fall war. Ich habe jetzt heute die Aufgabe zu verkünden, dass es jetzt dann für 2019 Dresden wird, in den Räumlichkeiten der HTW dort, direkt am Hauptbahnhof eigentlich. Dresden eignet sich, finde ich, ziemlich gut, um eine FOSCIS dort zu veranstalten. Es gibt dort zwei Hochschulen, die sich im Bereich Geoinformatik und auch Kartografie sowie Vermessung dort Studiengänge anbieten und dort auch sehr aktiv sind. Außerdem haben wir über 30 aktive Mapper. Das heißt, der OSM-Samstag, da ist auf jeden Fall auch das Programm gesichert. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Dadurch, dass die Location direkt am Hauptbahnhof ist, dürfte sie auch eigentlich für alle ziemlich gut erreichbar sein. Und auch die Hotellage dürfte vielleicht etwas besser sein, als jetzt hier in Bonn. Da sollten auf jeden Fall die Hotels doch etwas näher in Fußentfernung sein. Viele von uns mussten ja nun doch direkt im Stadtzentrum sich dann irgendwas suchen, beispielsweise auch ich. Genau. Das soweit zu, warum, glaube ich, Dresden ganz gut geeignet ist. Ich gehe davon aus, auch wenn wir jetzt noch kein Datum haben, dass es vermutlich die erste oder die zweite Märzwoche 2019 werden wird, weil dort dann auch die Semesterferien sind, also ein bisschen früher als dieses Jahr. Hoffentlich spielt das Wetter mit, dass wir da nicht irgendwie bei minus 17 Grad irgendwie rumsitzen, wie das dieses Jahr dann doch der Fall gewesen wäre. Und das dann soweit von meiner Seite, wo es denn dann nächstes Jahr stattfinden wird. Und ich wünsche uns jetzt allen einen schönen Sektempfang. Kommen Sie alle gut und ihr gut nach Hause. Und hoffentlich treffe ich viele morgen dann noch beim OSM-Samstag. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus